Mein Job taugt mir am meisten, dass ich jeden Tag mit unterschiedlichen Charaktere zu tun habe, dass ich jeden Tag verschiedene Baumeister, Architekten, Verleger beraten darf. Wir machen alles, was die Gebäudehülle betrifft. Das heißt, von der Fassade über das Dach machen wir schöne optisch-handsprechende Aluminium-Produkte und Aluminiumverkleidungen in der geilsten Form mit allem, was einfach dazu gehört. Mir macht das Ganze richtig Spaß. Ich kann jedem nur empfehlen, dass er bei der Firma Preva arbeitet, weil erstens der Zusammenhalt und die Kolleginnen und Kollegen der Hammer ist. Zweitens, weil das Unternehmen sich wirklich bemüht, dass den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an nichts gefällt. Du wirst wirklich wertschätzend behandelt, egal von wem, es wird mit jedem wertschätzend umgegangen und das ist für mich einfach ein Riesenvorteil inzwischen, dass das so funktioniert, wie es die Preva lebt. Uite, wir versuchen. Vielen Dank.